Heute wieder Bock auf Smash, in der Hoffnung, dass es natürlich wieder Einzelturniere gibt. Nice, okay. Los geht's. Peter ist auch dabei. Peter, Greg, Thomas, Sven, Alarmstüssel. Schauen wir mal, schauen wir mal. Bitte nicht so grob. Ah, okay. Ich nehme den Kratz auf die zu leichte Schulter. Sag mal, warum stehe ich mich nicht gerade so pläht an? Ja, okay. Schneid' mir raus. So, schauen wir, wie es jetzt läuft. Wie hat eben einfach nur das Bier gefehlt. Ui, oh. Lecker Schmecker. Okay, gegen Ike. Alles klar. Ich bin's. Boah, das leckt jetzt schon. Oh, nice, Zelda-Musik. Uff, boom. Dö, 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 dö. Oh, schade. What? Boah, schade. Das wäre nice gewesen. Ist ein bisschen assi, ich weiß, aber so wie ich eben den gegen die Roy verloren habe, muss ich jetzt einiges wettmachen. Erst mal ein Schlugi, erst mal ein Schlugi. Ich calle als nächstes, ähm, spiele ich gegen Ness. Ich wusste es doch. Nee, dein PK-Fire kannst du dir sonst wo hinschieben. Oh, schade. Das muss ich noch besser steuern. Ah, Mist. Zu viel Prozent, der Boy. Boah, das wollte ich nicht. Okay. Boah, sogar getroffen. Oh, mein Gott, das wäre so ein schöner Finish gewesen. Schade, schade. Egal, trotzdem. Nice. Easy win. Ich calle... Okay. Äh. Ja, Chrome, würde ich sagen. Und, und. Ah. Ah. Wunderherrlich. Bitte nicht zu grob, hehehe. Okay, ich habe als erstes irgendwie einen Pfeil oder so erwartet. Das konnte der unmöglich wissen, Alter. Oh, fuck, das habe ich vergessen. Boots, ich liebe ihn, Kick einfach. Na, schade. Ups. Ja, ist schon gefährlich auf jeden Fall. Oh, Mist. Greift er nicht an. Boots. Oh, der war nice. Uho. Uff. Oh, shit. Oh, shit. Woops. Hehehe. Scheiße. Ah, Mist. Ich glaube, ich hätte ihn nicht getroffen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nee, überlebt, ja. Ah, schade. Ah, schade. What? Okay. Boah, das wäre wieder so gewonnen, wenn er überlebt hätte. Uff, okay, der war knackiger. GG. Ich will gucken, ob die nächsten schon fertig sind. Ich denke, ich werde gegen Little Mac kämpfen. Okay, vielleicht so ein Nächster. Falco. Das kann richtig ätzend werden. Ah, erst mal Teleport. Okay, ich habe irgendwie mit meinem Boost-Finger es nicht geschafft. Oh, schade. Oh, schade. Das kann ja gut. Na, das hat er gebrochen. Ja, komm, ey. Ach, komm, ey. Der ist ja mal hart unterwegs. Autsch. Ich mache einfach einen Tilt in die falsche Richtung. Boah. Boah. Ach, schade. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Sidebeam machen. Boah, das war dumm. Und er teabackt. An der Stelle, wenn man Smash spielt und ein Teabagger online ist, isst man schon direkt eigentlich unten durch. Schade. Schade. Trotzdem ekelhaft zu teabacken. Egal, neues Turnier, neues Glück, Alter. GG. GG. GG.